Es ist nicht nur so, du spendest etwas, sondern du weißt, wo es hingeht und du arbeitest mit. Und du lernst halt die Familie kennen. Und das ist noch so ein tolles Gefühl. Also die einzelnen Familien, die man so kennengelernt hat und danach am Anfang diese Schüchternkeit, weil man sich überhaupt nicht verständigen kann, weil man meist auch überhaupt nicht die gleiche Sprache spricht oder kein Englisch oder irgendwas. Und am Ende tanzt man zusammen und man singt und man freut sich und man feiert sozusagen die Einweihung. Und das ist einfach so ein großes Geschenk. Wir müssen mehr machen und wenn ihr Lust und einfach Spaß an sowas habt und auch gerne spenden wollt und einfach was Gutes tun und auch einfach, weiß ich nicht, die Welt anders kennenlernen und einfach die Familien, dann macht mit, baut mit. Und ich kann euch sagen, jeder kann es. Ich kann es auch, also könnt ihr das auch.